Was ist Annabelle Wallis die neue Freundin von Chris Bein? Die Gerüchteküche brodelt. Seit Chris Bein, 37, und seine britische Schauspielkollegin Annabelle Wallis, 33, vor wenigen Tagen zusammen am Londoner Flughafen Herdruc gesehen wurden, brodelte die Gerüchteküche. Sind die beiden etwa ein Paar? Ja, das soll tatsächlich der Fall sein, wie ein Insider dem US-Magazin aus Wiki verraten haben soll. In der Liebe ist bekanntlich alles erlaubt. Chris und Annabelle sind zusammen, erklärt die anonyme Quelle. Was diese sonst noch erzählt, kann aber durchaus als bekannt bezeichnet werden. Sie war mit jemand anderem zusammen, als sie sich kennengelernt haben, erzählt der Insider. Pein habe sehr aufmerksam um sie geworben, um sie von dem anderen Typen abzulenken. Sie sei total Chris-Typ, und die beiden hätten auch schon zusammen auf Hawaii Urlaub gemacht. Vor ihrer Beziehung zu Pein war war es unter anderem mit Coldplay-Sänger Chris Martin, 41, zusammen. Pein war in der Vergangenheit unter anderem mit dem Model Dominic Peek, 32, liiert. Pein war in der Vergangenheit unter underem mit dem Model Dominic Peek.